Hallo liebe Leute, vor drei Tagen habe ich das erste Video zur Minecraft Version 1.12 rausgehauen und heute gibt es schon wieder ein neues Update und zwar hat Chap hier etwas Neues auf Twitter gepostet und das ist das folgende hier, Work in Progress for Minecraft PC Version 1.12 und Minecraft Pocket Edition 1.1 based on the new palette, the noise needs some tweaking but you get the idea. Das heißt also die Art wie die Blöcke aussehen, das wird halt geändert. Ihr seht es ja hier auch schon, ich habe es auch im ersten Update Video vor drei Tagen angekündigt, dass die Wollefarben ja geändert werden und jetzt sehen wir hier noch andere Blöcke unter der Wolle und das sind nicht wie man vielleicht denkt, wie die meisten auch dachten erst, dass es ein harter Lehm ist, ist es nicht. Das hat hier uns der gute Chap auch versichert, also hier steht nochmal, for those of you wondering, we currently have no plans to change the hard and clay textures. Also er schreibt hier nochmal, dass für alle die sich halt wundern, dass irgendwie die Lehm-Texturen geändert werden, nein, das wird nicht gemacht, schreibt hier. Und hier schreibt er, there seems to be a bit confusion about the new screenshot. It shows wool in a completely new block. The hard and clay has not changed. Also er schreibt halt hier, dass es manche falsch verstanden haben oder falsch gesehen haben, dass halt einfach alle denken, dass es der Lehm ist, der geändert wurde, der harter Lehm, den man hier im Bild sieht. Dabei ist es ein komplett neuer Block, also all diese, also diese Wollblöcke, Wolle, ne, will halt die Textur geändert und die Farbe so und diese Blöcke unter der Wolle, die sind komplett neu. Die würde es jetzt dann in Minecraft Pocket Edition 1.1 und Minecraft PC Version 1.12 geben. Und das ist schon mal ein richtiger Hype und ich hoffe, dass da noch Treppen und Halbstufen dazukommen und dann können wir richtig coole Sachen bauen. Ich freue mich schon. Das war's mit diesem Update. Lasst gerne noch einen Ruchta, um mehr solche Updates zu sehen und abonniert mich, ja, wenn ihr mehr sehen wollt. Ansonsten macht's gut und haut rein. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen. Ciao. Ciao. Ciao.